Zeo bricht alle Rekorde. Komisch. Wo hab ich ihn bloß hingetan? Da ist er ja. Hallo Opa. Oh, hallo Zeo. Was hast du denn da? Das hab ich auf deinem Nachttisch gefunden. Ach so, ja. Darin hab ich gestern abend gelesen. Warte, ich nehm dir das mal ab. Danke Opa. Ich versteh nicht so richtig, worum es da geht. Was sind denn das für komische Bilder? Sind das da Leute aus einem Zirkus? Nein, das sind sie nicht. Die haben alle Rekorde aufgestellt. Rekorde? Ja. Also, manche sind zwar merkwürdig, aber es sind Rekorde. Wenn du einen Rekord aufstellst, dann bedeutet das, dass du irgendwas besser kannst als alle anderen. Zum Beispiel, ähm, ja, hier wurde der längste Schal gestrickt oder der größte Kürbis geerntet und, äh... Er läuft auf den Vorderbein und hat auf den Hinterbein einen Würfelturm. Ja, genau. Und wenn man einen Rekord aufstellt, dann hat man sein großes Ziel erreicht und wird in das Zebra-Buch der Rekorde kommen. Kann jeder einen Rekord aufstellen? Ja, sicher. Ja, jeder. Auch so ein kleiner Junge wie du. Was? Ich auch? Hahaha. Hab ich einen Hunger. Oh, das riecht aber köstlich. Ja, find ich auch. Also, Meisterköchin, was gibt es denn heute? Das duftet ja wirklich ganz herrlich. Ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes servieren. Omas Spezial Gemüsesuppe. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Zeo möchte euch jetzt eine sehr wichtige Mitteilung machen. Ach so? Was denn? Ich habe heute beschlossen, dass ich ins Zebra-Buch der Rekorde kommen will. Ist ja großartig. Das ist ja wirklich sehr aufregend. Eine ganz tolle Idee. Jemand aus unserer Familie im Zebra-Buch der Rekorde. Und worin willst du einen Rekord aufstellen? Ähm, tja, das weiß ich noch gar nicht, aber... Ein Rekord könnte heißen, dass Zebra das von seiner Uroma mehr Küsschen bekommt als jedes andere. Oder der Zebra-Junge, der immer sein Zimmer aufräumt. Oder wie wär's denn mit der brave Enkel, der immer Omas Spezial Gemüsesuppe aufisst? Danke, danke schön. Aber... Ich muss ja ganz alleine entscheiden, was für einen Rekord ich aufstellen will. Oh ja, genau. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Und darum werde ich mir jetzt mal was einfallen lassen. Vorher wird gegessen, Zeo. Nicht so eilig. Darf ich jetzt aufstehen, Mama? Ja, in Ordnung. Wenn ich eine Idee hab, sag ich Bescheid. Äh... Oh! Okay, mal sehen. Hm... Den findest du gut? War ja klar. Der Rekord der größten Federsammlung. Hm... Ich könnte ja vielleicht auch irgendwas mit Federn machen. Hm... Ich weiß. Ich lass mich mit einer Feder kitzeln. Und zwar ganz lange. Bereit? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ist gut. Jetzt bin ich soweit. Stopp, aufhören! Hat Zeo noch nichts von sich hören lassen? Leider nicht. Ich wüsste so gern, wie es läuft. Nein, nein, hör auf! Ich glaube, er könnte für seinen Rekord ein wenig Hilfe brauchen. Nein, das war das falsche Ohrpock. Am anderen Ohr bin ich nicht so kitzelig. Nein, Zeo. Das ist doch gar nicht das Problem. Du musst es mit einer speziellen Atemtechnik versuchen. Zuerst tief einatmen. Und dann Atem anhalten und... Oh, stopp! Lass das! Hey, aufhören! Du solltest lieber versuchen, eine andere Art Rekord aufzustellen. Ja. Soll ich was mit Gänseblümchen machen? Eine Gänseblümchenkette? Die längste Gänseblümchenkette der Welt! Würdest du ihn bitte dahin stellen? Da ist es so schön schattig. Ein schöner Platz für einen Mittagsschlaf. Oh Mann, nicht schon wieder! Zeo? Was hast du denn, Zeo? Ich will die längste Gänseblümchenkette der Welt machen. Aber ich kann noch nicht mal zwei zusammenbinden. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich war früher die beste Gänseblümchenkettenbinderin der ganzen Schule. Ich werde es dir mal zeigen. Oh! Ich scheine es verlernt zu haben. Das macht doch nichts. Du wirst trotzdem immer meine Lieblings-U-Oma sein. Und du wirst immer mein Lieblings-Zeo sein. Sehr gut, Pop! Also, das ist wohl dein neuer Rekordversuch, oder? Ja! Das ist der größte Steinhügel, der jemals von einem Zebra-Jung gemacht worden ist. Oh nein! Ach, mach dir nichts draus. Es kann nicht immer alles gleich beim ersten Mal klappen. Hm, ach, ich hab doch schon so viel ausprobiert. Aber nichts hat funktioniert. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Hm. Ach, Zeo, weißt du was? Spring doch einfach in die Badewanne und denk nach. Also, ich habe immer die besten Ideen, wenn ich in der Badewanne liege. Gehen wir. Na, wenn du meinst. Ist dir immer noch nichts eingefallen, Zeo? Nein, dann nützt das beste Bad nichts. Dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hey, ich glaube, mir ist was eingefallen, Opa. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass man beim Baden die besten Ideen hat. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bitte sehr darf ich vorstellen, das hier ist der schnellste Seifenblasenpikse aller Zeiten. Bei seinem heutigen Rekordversuch will er 20 Seifenblasen in einer Minute zerpiksen. Oh. Und Achtung. Drei, zwei, eins und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach Mann, die sind alle weggeflogen. Schade. Tut mir leid, die Zeit ist um. Fünf geplatzte Seifenblasen. Gar nicht so übel für einen ersten Versuch. Versuch's doch nochmal, wenn der Wind nachgelassen hat. Ja, das war doch erstmal nur ein Probelauf. Ja, genau, du wirst dich doch nicht durch den Wind von deinem Rekord abhalten lassen, oder? Oh nein, ganz sicher nicht. Und los! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hast du der Bee getan? Geht es dir gut? Nichts passiert, aber... Ach, du bist doch ein tapferer Junge. Und beim nächsten Mal werden wir vorher darauf achten, dass das nicht nochmal passiert. Ja, wir werden hier vorher alle Hindernisse beseitigen. Ein nächstes Mal wird es nicht geben. Was? Ich brauch keinen neuen Rekord, weil ich ja schon einen habe. Ach, wirklich? Ja. Ja, aber was denn für ein? Wisst ihr es noch nicht? Verrate es uns endlich. Ich bin ein Zebra, das die liebevollste und netteste und echt die tollste Familie hat, die es auf der Welt gibt. Und das ist doch auch ein Rekord. Oh, mein kleiner Zeo. Ja, ja, das sehe ich auch so, mein Junge. Ja, das ist so süß. Zeo lernt schwimmen. Ich gehe schon. Nein, 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 nein. Das ist nicht für dich, Pock. Pock, hast du nicht gehört? Hey, hallo, Zinnia. Hallo, Santa Zelda. Tag, Onkel Zafir. Hey, wir fahren auf den Strand. Mami, Papi und ich fahren mit dem Auto hin. Willst du nicht mitkommen, dann können wir da spielen. Mama, Zinnia fragt, ob ich mit zum Strand kommen will. Ja, genau. Und wir werden nämlich die allergrößte Sandbopper, die es jemals gegeben hat. Ist doch richtig, oder? Ja, mein Sonnenschein, das ist richtig. Und ich freue mich auch. Guten Tag, Zelda. Hallo, Zafir. Also, Zinnia, du willst heute zum Strand, oder? Darf ich mitfahren? Ja, natürlich darfst du das. Und da werdet ihr sicher viel... Juhu! Oh, wo ist der hingegangen? Da bin ich wieder. Und jetzt können wir Sandbogen bauen. Und wir spielen den ganzen Tag. Stimmt's, Mami? Ja, natürlich. Aber zuerst muss ich meine Zeitschriften lesen. Federball? Uh, super, super, super! Und dann werden wir beide noch den Wassertempel erforschen. Wee! Super, super, super! Ich kann's gar nicht erwarten! Wir können ja auch Fische fangen, Zinnia. Und dann werden wir beide noch schwimmen gehen! Wir schwimmen im Meer! Schwimmen! Schwimmen gehen? Äh, gerade ist mir eingefallen, dass ich noch was Wichtiges zu tun habe. Ähm, äh... Ja, Hausaufgaben! Hä? Du musst noch Hausaufgaben machen? Ja! Naja, meine Hausaufgaben sind noch nicht fertig. Entschuldige! Oh! Papilein? Wollen wir nicht einfach Zack fragen, ob er Lust hat? Ja, das ist eine gute Idee, mein Liebling! Hurra! Wir fahren jetzt an den Strand! Wir fahren jetzt an den Strand! Wiedersehen! Bis dann! Bis dann! Theo? Hm... Hm... Tschüss! Zeo, kommst du mit den Hausaufgaben gut voran? Wenn du dich beeilst, fahre ich dich zum Strand. Dann kannst du mit Sinja spielen. Danke, Mama, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. Du wirst viel schneller fertig, wenn du das Buch richtig rumhalten würdest. Entschuldige, Pop. Zeo war vorhin ein bisschen merkwürdig, findest du nicht auch? Also ich glaube, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Wieso fragst du? Er war irgendwie so völlig anders als sonst. Er sagte, dass er noch Hausaufgaben erledigen muss. Aber normalerweise macht er die immer ganz schnell. Ich werde ihn mal fragen, ob er Hilfe braucht. Na, mein Junge, ich wollte mal nach deinen Hausaufgaben sehen. Sind sie denn schwer? Keine Angst, gemeinsam werden wir das schon schaffen. Ach, ich habe hier überhaupt keine auf. Oh, entschuldige, Pop. Zeo, du hast doch irgendwas. Richtig? Nein. Was ist denn los? Deinem Opa kannst du es doch sagen. Na? Weißt du, Opa, ich kann gar nicht schwimmen. Na und, ist das etwa ein Problem? In deinem Alter konnte ich ja auch noch nicht schwimmen. Zenja hat mich gefragt, ob ich mit zum Strand kommen will. Und natürlich wollte sie auch schwimmen gehen. Aber ich kann ja gar nicht schwimmen. Sie hätte mich doch ganz bestimmt ausgelacht. Nein, sie hätte dich nicht ausgelacht. Weißt du was? Wir beide fahren jetzt an den Strand und da bringst du dir dann das Schwimmen bei. Au ja, Opa. Aber Zenja wird auch da sein. Dann werden wir morgen ganz früh an den Strand fahren. Ja. Danke. Komm, Opa. Ja, ja. Ich lauf ja schon so schnell ich kann. Guten Morgen. Nanu, ihr seid ja heute früh hier. Ja, Opa will mir heute Schwimmen beibringen. Weißt du? Oh, lass mich sofort los. Sobald mich der Krebs losgelassen hat, können wir ins Wasser. Und was soll ich jetzt machen, Opa? Erstmal ist wichtig, dass du dich an das Wasser gewöhnst. Komm, jetzt hältst du dich einfach an mir fest. Und dann hebst du einfach die Füße hoch. Was? Alle beide? Nur keine Sorge. Ich halte dich fest. Äh. Und nun schön strampeln. Ja, sehr gut. Versuch sie die ganze Zeit oben zu halten. Und treten, treten, treten. Ja, genau. Sehr gut, Zeo. Weiter so. Hey, das ist ja ganz einfach. Nicht so voreilig, Zeo. Das ist ja noch nicht alles. Was machen wir jetzt? Sehr gut, Zeo. Nur weiter so. Pass auf. Jetzt möchte ich, dass du dich mal umdrehst. Ist gut. Lass dich zurückfallen. Ich fang dich auf. Wenn du meinst. Ja, sehr schön. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Und nun musst du ganz tief Luft holen. Dann bleibst du an der Oberfläche. Toll gemacht. Und jetzt wieder schön treten. Hahaha. Hahaha. Ja, sehr gut, Zeo. Ich denke, dass du jetzt für den nächsten Schritt bereit bist. Ja. Und nun dreh dich mal wieder um und sieh mich an. Und jetzt halt dich bei mir fest. Stoß dich vom Boden ab. Hahaha. Sehr schön. Ausgezeichnet, Zeo. Ja, weiter so. Das ist klasse. Ja. Häh? Ah. Hahaha. Hahaha. Hallo, Zinja. Ich freue mich, dich zu sehen. Kann ich etwas für dich tun? Ist Zeo mit den Hausaufgaben fertig? Mit den Hausaufgaben? Ähm, das weiß ich nicht genau. Und leider kann ich ihn gar nicht fragen. Er ist nicht da. Er ist mit Opa zum Strand gefahren. Oh. Tut mir leid. Seltsam, dass Zeo nicht da ist. Dafür muss es einen bestimmten Grund geben. Ja. Ist dir gestern nicht auch sein komisches Verhalten aufgefallen, als die Rede aufs Schwimmen gekommen ist? Wahrscheinlich kann er gar nicht schwimmen. Im Gegensatz zu unserem Liebling. Doch, Zeo kann schwimmen. Er ist doch älter als ich. Aber egal. Er ist mit Opa am Strand. Also können wir jetzt mit ihm spielen. Hurra! Hm. Hahaha. Hahaha. Gut. Ganz toll. Zeo, Zeo. Hey, hallo. Wo bist du denn nur? Hier bin ich, Zinja. Zeo. Komm doch auch rein. Es ist toll im Wasser. Hahaha. Hahaha. Na komm. Hahaha. 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 Hast du das gesehen? Ich hab euch doch gesagt, dass er schwimmen kann. Oh ja, das ist ja wirklich großartig. Oh ja, das ist ja wirklich großartig. Sie haben stolz auf dich zu sehen. Das klagt ja schon ganz toll. Hahaha. Zeo's Museum. Hahaha. Hahaha. Oh. Opa, was ist das? Au. Na nu, was ist denn jetzt los? Also auf jeden Fall ist es nass. Und was ist das, Opa? Hm, na ja, mal sehen. Ich würd sagen, das ist Riementang. Den kann man übrigens essen. Hm, aber Appetit hab ich nicht drauf. Hm, nein. Ich auch nicht, weil der mir echt viel zu hart wäre. Hä? Warte. Das seh ich mir an. Opa, was ist das? Das, ähm, also wenn ich mich nicht sehr irre, ist das eine Hirnkoralle. Ein Hirn... Oh. Nein, eine Hirnkoralle. Und die gibt es eigentlich nur in wärmeren Küstengewässern, weißt du? Verrückt. Hey, eine Hirnkoralle. Wie kommt die her? Na, wahrscheinlich ist sie durch die Strömung angespült worden. Da hast du aber Glück gehabt. Hier in unserer Gegend kann man sowas eigentlich nur im Museum finden. Du, Opa, ich hab grad ne sehr gute Idee. Du hast immer gute Ideen, Zeo. Was für eine hast du denn jetzt? Vorhin hat Zubi gesagt, dass man so ne Koralle immer nur in einem Museum findet. Mhm. Also eröffne ich ein Museum. Das erste Ausstellungsstück hab ich schon. Oh, genau. Das ist wieder eine gute Idee, Zeo. Hä? 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 Oh, hübsch. Oh je. Uromas Erkältung will einfach nicht besser werden. Das tut mir leid. Ich werd mal nach ihr sehen. Aber erst bring ich das hier in mein Museum. Haha. Vorsichtig, Pock. Die Koralle ist nämlich sehr wertvoll. Komm, wir sehen mal, wie es Uroma geht. Dann erzählen wir ihr alles über mein Museum. Wenn sie ins Museum geht, wird sie das sicher von ihrer Erkältung ablenken. Ja, bitte herein. Hallo, Uroma. Ich wollt mal sehen, wie es dir heute geht. Eigentlich geht's mir gut, aber meine Stimme hat sich schon mal besser angehört. Könntest du mir vielleicht eine Tasse heiße Zitrone mit Honig holen, mein Junge? Ja, natürlich. Oh, toll. Ja, die ist hübsch. Sie hat mal meiner Ur-Urgroßmutter gehört. Ach echt? Wow. Sag mal, könnte ich die für mein Museum haben? Museum? Ich eröffne ein Museum. Eine Koralle hab ich schon. Ich brauch natürlich noch mehr interessante Sachen. Und wenn ich alles zusammen hab, möchtest du dann vielleicht mal in mein Museum kommen? Oh ja, furchtbar gern. Und sicher darfst du die Teetasse haben. Dann kannst du mir die heiße Zitrone mit Honig in einer anderen Tasse bringen, Theo. Ja, ist gut. Ich bin gleich wieder da. Mama, Ur-Oma möchte noch eine heiße Zitrone mit Honig. Aber nicht in der Tasse. Die kommt nämlich in mein Museum. Die hier kannst du auch gern für dein Museum haben, Theo. Hä? Was ist das? Eigentlich sollten das Schokoküchlein werden, aber ich hab sie zu lange im Ofen gelassen. Und nun sind sie verbrannt. Ja, jetzt haben wir gelernt, wie man es nicht machen soll. Sie sehen wie Kohlen aus. Theo, weißt du was? Ich seh mal in der Werkstatt nach, ob ich noch ein paar andere Sachen für dein Museum hab. Oh ja, vielleicht ist auch was dabei, was Ur-Oma interessiert. Ich komm mit, Opa. Du wolltest Ur-Oma doch die heiße Zitrone bringen. Du hast da was übersehen. An der Stelle war ich doch überhaupt noch nicht. Oh. Was ist das? Keine Ahnung, Theo. Vielleicht ist die Feder von einem Adler. Oder von einem Strauß. Wow. Kann ich die für mein Museum haben? Nicht so schnell, Theo. Museumskuratoren fassen Ausstellungsstücke nicht so einfach an. Jetzt warte mal einen Augenblick. Mal sehen, wo ich sie habe. Oh. 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 Oh je. Aha, da sind sie ja. So, bitte schön. Zieh die Handschuhe an und dann kannst du die Feder anfassen. Genauso machen es nämlich die Wissenschaftler auch. Man kann ja nie wissen, wo die Feder vorher gewesen ist. Hm. Einen Moment. Ich hab sie. Weißt du was? Ich würde sagen, das ist die Feder von einem Albatross. Ist ja toll. Wenn dein Papa damit recht hat, dann ist das eine Rarität. Das würde sehr gut in dein Museum passen. Ja, deine Federn sind auch super. Aber die hier ist was Besonderes. Komm, Opa. Sehen wir nach, ob du noch mehr Sachen in der Werkstatt hast. Oh, nichts drin. Schade. Ähm. Was ist denn das hier alles? Oh. Oh. Ähm. Hast du was gefunden? Also, darum reißt sich doch jedes Museum. Sieh mal, dieses Teleskop gehörte mal meinem Großonkel Kapitän Zentri. Er war ein Forscher, weißt du? Und als ich ungefähr so alt war wie du, hat er es mir geschenkt. Wow. Was ist? Warum lachst du denn? Na, weil du auf einmal so klein bist. Kein Wunder, du hältst es ja auch falsch rum. Guck noch mal. Das möchte ich gern fürs Museum haben. Vielen Dank, Opa. Alle Dinge, die wir interessant finden, werden wir hier in die Kiste legen. Dann behalten wir den Überblick, wenn wir sie in Zeus Museum der interessanten Dinge bringen. Okay, mal sehen, was wir noch so finden. Was ist das, Opa? Oh, ach, die habe ich ja ganz vergessen. Diese Medaille habe ich als junger Mann bekommen. Eine Tapferkeitsmedaille. Das bin ich. Siehst du? Echt toll. Die muss unbedingt auch in mein Museum. Uroma war sicher sehr stolz auf dich. Ach ja. Und wie wäre es damit? Das ist ein alter Pinsel. Mit dem haben die Ägypter damals ihre Pyramiden angestrichen. Hellgrün. Das war ihre Lieblingsfarbe. Wirklich? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh, aber Opa, die Pyramiden sind doch gar nicht hellgrün. Das war nur ein kleiner Scherz. Oh, das hier passt doch auch gut in dein Museum. Das ist die Petroleumlampe von Kapitän Zentri. Du, Opa, sieh doch mal, er bewegt sich. Oh, ja, das stimmt. Tja, das wäre auch toll für dein Museum. Ein hüpfender Farbeimer. Pock, wie hast du das denn geschafft? Hast du dich etwa bei Uroma angesteckt? Uroma. Was ist mit dir? Sie wollte doch heiße Zitrone mit Honig. Komm schnell mit. Sieh mal, Opa. Was macht denn dieses Gebiss hier? Das ist ja wirklich unglaublich. Vorsicht, Pock. Vielleicht schnappen die Zähne ja zu. Die sehe ich mir später genauer an. Jetzt braucht Uroma erst mal ihre heiße Zitrone. Entschuldige, ich habe die heiße Zitrone vergessen. Macht nichts, ist nicht so schlimm. Deine Mama hat sie mir schon gebracht. Gut, das ist schön. Uroma, ich habe jetzt alles für mein Museum zusammen. Möchtest du vielleicht mal kommen? Ja, ja, ich glaube, wenn ich in dein Museum komme, würde es mir gleich viel besser gehen. Na dann, bis gleich. Ja. Und das hier ist meine Hirnkoralle. Wie ihr wisst, gibt es die ja sonst nur in wärmeren Gewässern. Deswegen war es echt Glück, dass ich die hier gefunden habe. Das ist Uroma. Das hier ist also dein Museum. Sehr interessant. Meine Zähne. Das sind deine? Ähm, aber warum lagen sie denn im Garten? Na ja, ich habe so schrecklich oft niesen müssen, weißt du? Und ich nehme an, dass sie dann aus dem Fenster geflogen sind. Und ich habe sie schon so vermisst. Und hier sind sie also gelandet. In deinem Museum, das so interessant ist. Aber jetzt werde ich sie wohl wieder mitnehmen müssen, so leid es mir tut. Ja, natürlich. Es sind doch deine, ist ja klar. Ach, ich danke dir, Theo. Und zur Belohnung werde ich dir jetzt zwei Küsschen geben. Also ein Küsschen für meine Zähne. Und das andere dafür, dass ich mich schon wieder viel besser fühle. Eins muss ich ja sagen, dein Museum bewirkt wahre Wunder. Also jetzt noch ein kleines bisschen nach links. Ähm, ach nein, doch lieber nach rechts. Auf einmal sieht hier alles aus wie neu. Herrlich. Schön, dass es dir gefällt. Und ich hoffe, ich muss den Flügel jetzt nicht mehr hin und her rücken. Waren in diesem Rahmen mal Bilder von dir drin, Uroma? Ja, aber ich male schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr, Theo. Na, dann werde ich sie jetzt gleich mal wegräumen. Ach, ein Glück. Ich bin froh, wenn sie hier rauskommen. Wunderbar, dann werde ich jetzt auch endlich mal wieder Platz im Schrank haben. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr mir so geholfen habt. Und jetzt höre ich noch ein bisschen Rundfunk. Ist gut, Uroma. Ruh dich nur schön aus. Eine sehr gute Idee. Die könnte glatt von mir kommen. Hallo. Oh, hallo. Wir wollten euch nur an unsere Ausstellungseröffnung diese Woche erinnern. Die Kunst in der modernen Welt. Ach, sicher, natürlich. Wir kommen. Das hier sind Uromas aussortierte Bilder. Wollt ihr die für die Galerie haben? Danke, das ist nett. Aber ich denke, dass die nicht so recht zu uns passen. Alles klar, kein Problem. Dann kommen die jetzt in die Werkstatt. Seid ihr denn soweit? Euer Tee wird noch kalt. Gehen wir. Weißt du was? Wenn wir die Rahmen sauber machen, dann könnte ich eine Galerie eröffnen. Das ist eine gute Idee, Theo. Ich werde für Uromas Rahmen einfach neue Bilder malen. Okay, wir haben alles, Pock. Dann kann ich jetzt hier ein paar coole Bilder malen. Zuerst male ich hierfür ein Bild. Und was meinst du, Pock? Gefallen sie dir? Schön, dass sie dir gefallen. Also ich finde sie gar nicht gut. Ich muss sagen, dass ich dieses Bild wundervoll finde. Ja? Und das hier ist auch sehr schön. Die sind alle gut. Mir gefallen die alle überhaupt nicht, Opa. Ach, auch die größten Künstler haben mal einen schlechten Tag, Theo. Manchmal hilft es, wenn man sich einfach mit was anderem beschäftigt. Ach echt? Ja, wirklich. Wenn du zwischendurch was anderes machst, wird es dich auflockern. Aber was soll ich denn machen, wenn ich nicht malen will? Hm, weißt du, hm. Also es würde deine Kreativität fördern, wenn du die Rahmen sauber machst. Was meinst du? Ja, ist gut, Opa. Ich werde es gleich versuchen. Mit dieser Politur bekommt der Rahmen den letzten Schliff. Dankeschön, Opa. Ich denke, du solltest jetzt mal was anderes machen. Möchtest du mir ein bisschen im Garten helfen? Na gut, Opa. Jetzt müssen wir den Sand nur noch mit der Erde vermischen. Der Sand wird dem Gemüsebeet gut tun. Dann kann die Erde das Wasser besser aufnehmen. Das macht echt Spaß. Und das lenkt mich so gut vom Malen ab. Ups. Ach, das macht nichts. Das geht auf den Kompost. Oh, das ist ja eine tolle Farbe. Die würde gut auf dem Bilderaum aussehen. So schade, dass die voller Sand ist. Aber die können wir schon als Farbe benutzen. Weißt du, Sandmalerei ist eine wundervolle Kunst. Soll ich noch mehr rote Beete zerquetschen? Wegen der Farbe. Nein, das ist nicht nötig. Mr. Zoe hat alles, was wir brauchen. Komm mit. Gehen wir zu ihm. Machen wir uns gleich an die Arbeit. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Was willst du denn färben? Na ja, Sand. Was, Sand? Ja. Wollen wir die auch mitnehmen? Natürlich. Also dann möchten wir all diese Pulverfarben, Mr. Zoe. Das hier reicht doch sicher, oder? Ja, danke. Dann viel Spaß beim Sand färben. Auf Wiedersehen. Siehst du, wenn man das Glas mit dem Sand und der Farbe schüttelt, dann färbt sich der Sand. Ist das eigentlich schwer, Opa? Das ist ganz leicht. Versuch's auch mal. Und jetzt versuch's mal mit dem Glas. Dankeschön, Opa. So, mein Junge. Und nun wird es noch sehr viel lustiger. Wir nehmen ein bisschen Klebstoff und streichen ihn auf den Rahmen. Und jetzt schütte mal die Sandfarbe drüber. Ja, ist gut. Und los. Ist das so richtig, Opa? Das machst du sehr gut. Die Sandkörnchen, die runterfallen, können wir ein anderes Mal benutzen. Hier, Theo. Sieh dir das mal an. Oh, wow. Hey, Opa. Die Sandfarbe hält ja richtig gut auf dem Rahmen. Ganz genau. Ich verteile den Klebstoff an verschiedenen Stellen. Dann kannst du verschiedene Farben drüber streuen. Großartige Idee, Opa. Orange würde jetzt noch gut dazu passen. Gut, hier hast du Orange. Dann schüttel mal das Glas und ich verteile noch ein bisschen Klebstoff. So, Vorsicht. Das macht totalen Spaß, Opa. Ja, Theo, mir macht das auch Spaß. Mal sehen, wie viele Farbkombinationen wir hinbekommen. Du, Opa, die sehen ja wirklich toll aus. Hm. Ich finde nur, dass da irgendwie noch was fehlt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hm, hm. Wie findest du das? Ich finde, die Farbe des Schmetterlings passt wundervoll zu dem Rahmen. Finde ich auch, Opa. Das sieht echt schön aus. Puck scheint es auch zu gefallen. Hm. Tja, das bringt mich auf noch eine Idee. Huh. Da sind wir wieder. Hallo. 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 Hallo, ihr Zweichen. Wir. Ja, ähm, also wir wollten... Wir haben es uns überlegt und wollten euch fragen, ob wir eure Rahmen vielleicht doch haben könnten. Ja, ja, ein paar von unseren sind, sind nämlich im Lager kaputt gegangen und da wollten wir euch fragen, ob ihr uns aushelfen könntet. Hm. Also das tut uns wirklich leid. Es ist leider zu spät. Oh. Kommt mal mit, dann werdet ihr auch verstehen, warum. Das ist ja nicht zu fassen. Ich würde gerne wissen, was das ist denn, den Rahmen? Das sieht sehr schön aus. Was ist denn das? Ein Sandbild. Ah, das ist ja eine tolle Idee. Die sehen sehr schön aus. Ja. Das finde ich auch. Ich habe das gerade vom Fenster beobachtet. Ich finde es wundervoll, dass meine alten Bilderrahmen wieder so schön aussehen. Ja, das hast du gut gemacht, Zeo. Sehr schöne Rahmen, großartige Bilder. Du könntest später sicher mal ein ganz berühmter Künstler werden. Danke, Onkel Zafir. Aber ich glaube, vorhin hättest du das noch nicht gesagt. Wieso denn nicht, Zeo? Heute war kein guter Tag. Ich mochte nicht, was ich gemalt habe. Und aus diesem Grund wollte ich nie wieder malen. Na ja, Zeo. Aber dann habe ich dir gesagt, dass viele Künstler mal einen schlechten Tag haben, an dem sie nicht malen können. Oh ja, Zeo, das stimmt. Frag mal Zigmund und Zorasta. Die kennen dieses Gefühl sehr gut. Ja. Und wenn sie dieses Gefühl haben, machen sie was anderes. Und wenn sie dann wieder an die Arbeit gehen, funktioniert es auch wieder. Genauso war es bei mir auch. Na siehst du, Zeo. Und das Ergebnis ist doch wirklich ganz großartig geworden. Zum Beispiel, was du aus den Bilderrahmen gemacht hast. Und die Bilder sind einfach super geworden. Oh ja, Zeo, die sind wirklich wundervoll. Ja, ja, das muss ich auch sagen. Ich bin ein sehr stolzer Vater. Danke, Mama. Danke, Papa. Und ich bin eine sehr stolze Uroma, mein Junge. Ach, Zeo, von irgendjemandem musst du das große Talent zum Malen geerbt haben. Doch, von mir hast du das nicht. Oh doch. Zeo und das geheimnisvolle Buch. Hm, hier ist es auch nicht, Oma. Hm, tja, hier ist es leider auch nicht. Wo kann es denn bloß sein? Wenn ich das Strickmuster nicht finde, dann wird Opas Pulli nicht fertig. Warte mal. Ach, da habe ich schon nachgesehen, Zeo. Ja, ja, aber hier noch nicht, Oma. Hä? Tada! Gefunden! Das hast du aber gut gemacht. Ich lege meine Strickmuster immer in einen Umschlag. Was ist das? Oh, das ist gar kein Strickmuster, Oma, sondern ein altes Buch. Ja. Ja, genau, du hast recht. Wie mag das dahingeraten sein? Sing das Zebra. Hey, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Oh ja, das ist wahr. Hm, hier geht es um einen kleinen Zebrajungen, der Zing heißt. Und Zing entdeckt tief in der Erde unter seinem Garten eine geheimnisvolle Stadt. Wow, das ist ja echt spannend. Das kannst du gern behalten. Es hat bestimmt mal Papa gehört, als er klein war. Hm, vielen Dank, Oma. Aber dein Strickmuster haben wir immer noch nicht gefunden. Suchen wir weiter. Da ist es ja. Oh, wirklich gut gemacht, Zeo. Tja, wahrscheinlich ist es mir dort aus Versehen runtergefallen. Oder vielleicht Opa. Haha, jetzt gehe ich in mein Zimmer und lese das Buch. Ja, mach das, mein Junge. Oh. Hey, wo ist denn die letzte Seite? Etwa rausgefallen? Hm, nein, nein, da ist sie nicht, Pock. Ob vielleicht zwei Seiten zusammenkleben? Hm, nein. Was ist denn? Nein, Pock. Hier ist sie leider auch nicht. Ich will aber wissen, was mit Zing passiert ist. Ach ja? Wer ist denn Zing? Außerdem würde ich gern erfahren, was du da unten eigentlich tust. Ich habe ein Buch von Oma, in dem es um Zing den Zebrajungen geht. Aber die letzte Seite ist weg. Ach, das ist ja schade. Ich werde dir beim Suchen helfen. Danke, Mama. Na, sucht ihr beide etwas? Ja, in deinem alten Buch Zing das Zebra fehlt die letzte Seite. Das ist aber nicht meins. Ich habe dieses Buch noch nie gesehen. Deins hättest du doch sofort erkannt. Dein Dad erinnert sich an all seine Bücher. Ja, das ist wahr. Also da wäre zum Beispiel Zacharias, das Zebra, das seine Streifen verlor. Und zahlt dann der König. Und dann noch... Wenn du sie jetzt alle aufzählen willst, werden wir hier noch ewig rumstehen. Ja, genau. Du hast ja so recht. Also hier ist die Seite auf keinen Fall, Zeo. Vielleicht ist unsichtbare Tinte benutzt worden, auf unsichtbarem Papier. Jetzt werde ich nie erfahren, was mit Zing passiert ist. Was ist denn? Wir suchen die letzte Seite aus diesem Buch. Zing das Zebra. Zing das Zebra? Also ich denke, dass ich dieses Buch noch nie gesehen habe. Ich will aber unbedingt wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Wir können ja mal nachsehen, ob wir das Buch im Internet finden. Komm, wir probieren es mal. So bitte, Zeo. Sieh nach, ob du was findest. Zing das Zebra. Oh. Ach, schade. Gib doch einfach mal den Namen des Autors ein. CBD Solar. Oh, klappt nicht. Das ist ja sehr bedauerlich. Sicher ist das eine spannende Geschichte. Hey, vielleicht kann man dieses Buch ja bei Mr. Zoe bekommen. Eine gute Idee. Versuchen wir es. Mr. Zoe hat ja in seinem Laden alles Mögliche. Das wird Mrs. Zolli sein. Sie wollte noch vorbeikommen. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich hatte Ihnen doch neulich eine Lavendelpflanze versprochen. Hm, sie riecht wundervoll. Dankeschön. Na, Zeo, was machst du so? Wie geht's dir? Eigentlich geht's mir ganz gut. Danke. Eine Frage, Mrs. Zolli. Kennen Sie Zing das Zebra? Hm. Nein, noch nie gehört. Tut mir leid. Hm. Das ist ein Buch. In meinem Feld leider die letzte Seite. Vielleicht kann man das Buch ja bei Mr. Zoe kaufen. Na, das passt ja zeitlich ganz perfekt, Zeo. Ich wollte nämlich gerade zu Mr. Zoe. Lass uns doch zusammen gehen. Oh ja, gern. Hallo, Mr. Zoe. Schönen guten Tag, Zeo. Hallo, Mrs. Zolli. Was kann ich denn heute für Sie tun? Hallo, Mr. Zoe. Ich möchte gerne zwei Dosen Erbsenpüree haben. Ich esse doch so gern Erbsenpüree und Chips. Zwei Dosen Erbsenpüree. Ist das alles? Ähm, Mr. Zoe? Haben Sie vielleicht dieses Buch hier? Zing das Zebra? Oh, ähm. Ein gewisser CBD-Zolli hat das geschrieben. Ich kann aber leider gar nichts über ihn rausfinden. Als ob er sich ganz einfach in Luft aufgelöst hätte. Ah, ich verstehe. Dummerweise kann ich dir überhaupt nicht helfen. Ich hab von diesem Schriftsteller schon mal gehört, aber das ist furchtbar lang her. Da muss ich dich wohl enttäuschen. Ich hab dieses Buch nicht auf Lager. Aber ich hab hier andere Bücher. Ich kann dir gern eins schenken. Danke, Mr. Zoe, aber eigentlich möchte ich nur zehn das Zebra haben. Das Gefühl kenn ich. Manchmal hängt man sein Herz an etwas ganz Bestimmtes. Hier ist das Geld, Mr. Zoe. Oh, sogar passend. Danke, Mrs. Zolli. Na komm, mein Junge. Dein Buch ist leider nicht da. Dann bring ich dich jetzt nach Hause. Okay. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich wüsste so gern, wie die Geschichte ausgeht. Das werden wir schon noch rauskriegen, CEO. Wir werden so lange rumfragen, bis wir jemanden finden, der das Ende kennt. Das hört sich gut an, Opa. Na dann komm, verschwenden wir keine Zeit. Es scheint niemanden zu geben, der etwas über Zing weiß. Und wir haben doch alle gefragt. Opa, komm mit. Uroma hat doch jede Menge alte Zeitungsartikel. Sie könnte uns doch helfen. Gute Idee, CEO. Dann fragen wir sie mal. Na komm. Ha, 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 ha. Hm. Tja, also. Hier steht nichts über ihn. Du hast hier echt sehr viele alte Zeitungsartikel. Du könntest glatt eine Bücherei aufmachen. Oh, ja, das könnte ich wirklich, CEO. Aber ich will sie hier bei mir haben, damit ich sie mir immer ansehen kann. Oh, was ist das denn? Hey, das Buch auf dem Bild sieht aus wie Zing das Zebra. Das ist ja auch Zing das Zebra. Und da steht, dass der Mann auf dem Foto Cebi Dezola ist. Der Autor von Zing das Zebra. Und weißt du was? Er kommt mir so bekannt vor. Das ist doch Mr. Zui, oder? Das ist doch Mr. Zui. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist er. Er war ein sehr gut aussehender junger Mann. Dann hat also Mr. Zui das Buch Zing das Zebra geschrieben. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Vor einigen Jahren habe ich den Zeitungsartikel ausgeschnitten. Gleich nachdem ich das Buch gekauft hatte. Heißt das, du hast diesen Artikel nur aus Zufall gefunden? Aber warum hat denn Mr. Zui nicht gesagt, dass er das Buch geschrieben hat? Das werden wir ihn jetzt einfach fragen. Wow! Mann, Papa, du hast wirklich ein Buch geschrieben? Das wusste ich ja gar nicht. Ach, zack. Das ist doch alles schon so lange her und ich habe damit... Aber warum haben Sie denn vorhin, als ich nach dem Buch gefragt habe, nicht gesagt, dass Zing von Ihnen ist? Weißt du, das Buch hat sich einfach nicht so gut verkauft. Ich wusste, dass ich vom Bücherschreiben nicht leben kann. Also legte ich meinen Künstlernamen CBD Zola ab und machte diesen Laden auf. Ja, und hier haben wir uns kennengelernt. Dann hat diese ganze Sache doch was Gutes. Aber Mr. Zui, die Geschichte mit Zing ist doch toll. Wieso hat die denn niemand gekauft? Das hat einfach daran gelegen, dass nicht richtig Werbung gemacht wurde. Und damals gab es ja auch noch kein Internet. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich bin hier in meinem Laden sehr glücklich. Und soll ich dir jetzt mal etwas sagen? Gleich wirst du auch glücklich sein. Vielen Dank, Mr. Zui. Was ist das denn? Oh, Wahnsinn! Das ist der Zing, das Zebra. Ja, das Buch ist die erste Ausgabe, die jemals gedruckt worden ist. Da steht, dass Zing in die geheimnisvolle Stadt zurückkommen konnte, wann immer er wollte. Ja, genau, Zeo. Ich dachte, so würde es Zing am besten gefallen. Das Buch muss unbedingt wieder gedruckt werden. Das ist doch echt toll. Ja, das finde ich auch. Lass es uns drucken. Bitte! Ja, nur ein paar Ausgaben für die Familie und die Freunde. Tja, also ich denke darüber nach. So eine tolle Geschichte habe ich schon lange nicht mehr gelesen, Mr. Zui. Zum Glück ist Zing das Zebra nochmal neu rausgekommen. Ich danke dir, Zeo. Jetzt bin ich auch total froh darüber. Alle mal lächeln. Hä? Zeo und Opas Puppe Schönen guten Tag. Okay, die Kinder sind also alle mit einem Familienmitglied hergekommen. Ja! Zack, mit wem bist du gekommen? Mit gar keinem. Mein Papa kommt nach. Ach so, er wird sicher bald hier sein. Mhm. Also heute haben wir vor, dass ihr etwas mit euren Familien zusammen macht. Ihr könnt ein Bild von einem Verwandten malen. Ihr könnt aber auch etwas anderes machen. Hauptsache es hat was mit einem Verwandten zu tun. Hey, ich weiß schon, was ich mache. Hallo? Was meinst du, Zeo? Was machen wir? Ähm, wollen wir etwas machen, das du früher mal als Kind hattest? Eine wunderbare Idee. Mal nachdenken. Ja, ach ja, richtig. Als ich in deinem Alter war, hatte ich mal eine Puppe und ich habe sie Zug genannt. Und die habe ich überall mit hingenommen. Na gut, dann ist ja alles klar. Wir machen einen Zug. Eine gute Idee. Zack. Hm? Dein Vater hat gerade angerufen. Er wird im Laden aufgehalten. Hm. Tut mir leid. Hm. 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 Zack, weißt du was? Du könntest doch bei Opa und mir mitmachen. Oh ja, toll, danke schön. Ich weiß genau, dass es hier war. Ähm. Also, das verstehe ich nicht. Es muss doch hier irgendwo sein. Ähm. Ist es das hier, Opa? Oh ja, du hast wirklich sehr gute Augen. Das ist mein altes Foto von Zug. Warum sind an Zug so viele Schnüre dran? Na ganz einfach, weil Zug eine Marionette war. Wenn man an den Fäden zieht, die an dem hölzernen Kreuz befestigt sind, da seht ihr, dann kann man die Puppe laufen und springen und tanzen lassen. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Holz und Bindfaden. Bindfaden hab ich. Ist das Holz hier okay? Ja, das ist genau das richtige Zack. Dann wollen wir mal anfangen. Haha. Haha. Richtig gut geworden. Wow. Jetzt müssen wir ihn anmalen. Welche Farbe soll er denn haben? Na, schwarz und weiß. Genauso wie wir. Ja, und welche Farben sollen seine Sachen haben? Äh, gelb und grün wäre doch klasse. Also, ich finde Rot und Blau ja viel schöner. Oh. Jetzt weiß ich. Gelb und Rot. Dann trägt ihr unsere Farben. Tolle Idee. Tolle Idee. Fertig. Sehr schön. Ich finde, dass wir das ganz toll gemacht haben. Zug und er könnten Zwillinge sein. Schön war das damals. Ich hole gleich mal die Kamera. Dann mache ich ein Foto. Ist gut, Opa. Haha. Guten Tag. Theo, wollen wir Zug nicht ein kleines bisschen zum Glänzen bringen? So wie auf dem Bild hier? Hm. Warum eigentlich nicht? Also, ich werde ihn mal ein bisschen polieren. Oh nein. Oh Mann. Oh, es tut mir leid, Theo. Was würde nur dein Opa dazu sagen? Keine Angst, das reparieren wir. Ich hoffe, wir kriegen das hin, bevor Opa wieder da ist. Wo ist denn bloß die Kamera? Sie muss hier irgendwo sein. Das weiß ich genau. Ach, wo kann sie denn nur liegen? Ich glaube, wir müssen noch mal von vorn anfangen. Kannst du denn so gut schnitzen wie dein Opa? Nein, kann ich nicht. Und ich darf auch nicht sein Werkzeug benutzen. Es ist einfach zu scharf. Aber was sollen wir denn jetzt nur machen? Hm. Hallo. Hallo, Elsie. Die Jungs sind in der Küche. Hallo, Theo. Hallo, zack. Mein Projekt ist fertig. Was ist eigentlich mit eurem? Das ist kaputt. Ich kann auch kein Neus schnitzen. Ach, wisst ihr. Ihr könnt auch anderes Material nehmen. Was denn zum Beispiel? Ähm, wie wäre es denn mit Knete? Ja, könnte klappen. Ja, oder mit Kaugummi. Ja, wie ich sehe, habt ihr drei ja richtig Spaß. Ich verstorbe meine Einkäufe und dann störe ich auch nicht weiter. Hey, genau, Schwämme. Wir basteln einfach aus den Schwämmen. Eine neue Puppe. Was? Aus den Schwämmen? Ja, genau. Das wäre doch mal was anderes. Ich hole die Schwämme mal her. Ja. Hier. Hier. Damit kannst du sie viel leichter transportieren. Äh, was soll ich transportieren? Die Schwämme, aus denen ihr eine Puppe machen wollt. Ihr braucht noch mehr. Äh. Hä? Äh. Das sind alle, die wir haben. Aber vielleicht haben Oma und Uroma noch welche. Dankeschön. Ihr wollt Schwämme haben? Ich glaube, ich habe noch welche. Vielleicht habe ich die Kamera ja hier irgendwo hingelegt. Hm. Hier ist sie nicht. Oh nein, Zeo. Hm? Er darf die Kamera nicht finden. Hm. Ja, wir müssen doch erst die Puppe fertig machen. Ich werde ihn jetzt einfach ablenken. Äh, du Opa? Welche Farben hatten die Sachen von Zuck noch mal? Ehrlich gesagt muss ich darüber erst mal nachdenken. Warte mal. Vielleicht gelb und schwarz? Ah. Nein. Grün und blau. Nein, ich glaube, das war ein Irrtum. Braun und... Ich weiß es einfach nicht mehr. Wir müssen doch irgendwo sein. Ah. Ihr sind sie ja. Hm. Tut mir leid. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Hm. Das macht nichts, Opa. Oh. Hat denn vorhin nicht noch etwas auf den Tisch gelegen? Ähm. Mein Opa. Nein. So, hier ist noch ein Schwamm für euch. Toll. Danke, Oma. Ich habe ein tolles Versteck für die Kamera gefunden. Da wird dein Opa sie garantiert nicht finden. Gut. Dann müssen wir jetzt schnell die Puppe machen. So, bitte sehr. Hier sind noch drei Schwämme. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Ich weiß noch, dass sie so lustige, bunte Sachen anhatte. Orange und Lila. Wirklich? Bist du sicher? Orange und Lila? Ja. 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 Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich meinen Kopf verlieren würde, wenn er nicht angewachsen wäre. Wisst ihr, wo meine Kamera lag? Sie war ... Also das ist ja unglaublich. Die Puppe hat sich seit dem letzten Mal sehr verändert. Ähm ... Entschuldige, Opa. Das ist meine Schuld. Die andere habe ich kaputt gemacht. Aber das war in Versehen. Nein, Theo. Ich ... Aber wir haben eine neue gebastelt. Leider ist sie nicht ganz so schön wie deine. Entschuldige. Na ja, schön ist sie nicht, aber sie ist tausendmal schöner als meine geworden. Danke. Sie hat die gleichen Farben wie mein kleiner Zug, aber eine sehr viel schönere Form. Ich habe sie kaputt gemacht. Es war gar nicht, Theo. Ich wollte es ihnen ja noch sagen, aber ... Nur keine Sorge. Alles schon verziehen. Theo, ich weiß ja, dass du zack nur beschützen wolltest. Aber es ist besser, immer gleich die Wahrheit zu sagen. Ist gut, Opa. Dann sag ich auch mal gleich die Wahrheit. Sie haben die Kamera nicht unter das Bett gelegt. Das bin ich gewesen. Tut mir leid. Möchte hier sonst noch jemand ein Geständnis machen? Ja, ich. Denn ich muss gestehen, dass ich furchtbar gern ein Foto von euch machen würde. Damit wir nie den Tag vergessen, an dem Opas Marionette wieder auferstanden ist. Ja, hier bitte. Alle mal lächeln. Hey, zack. Nimm die hier mit nach Hause und zeig sie deinem Vater. Du hast mir immerhin geholfen. Du meinst, dass ich sie behalten darf? Ja, natürlich. Ich habe dafür das Foto. Das wird mich immer an Zucker erinnern, an den alten und an den neuen. Ich habe das Foto.